Ein herzliches Grüß Gott auf meiner Homepage. Es freut mich, dass ihr mich da im Internet gefunden habt und ich kann euch jetzt einiges über mich erzählen. Ich bin seit über 30 Jahren unterwegs mit meiner mobilen Diskothek und ich habe schon sehr viele tolle Partys mit guter Stimmung gemacht und sowas könnt ihr es auch haben zu euch ein Fest, wenn ihr es in Bäder bucht, in Anzug oder in Bäder mit der Lederhose. So, viele überlegen sich, welche Musik nehme ich zu meiner Party? Nehme ich jetzt eine Band oder nehme ich einen DJ? Und da will ich euch jetzt ein paar Tipps geben und sagen, was eigentlich die Vor- und Nachteile sind von einer Band und einem DJ, was man auch die Vorteile hat. Auf alle Fälle, eine Band ist sicher nicht schlecht und so weiter, ist meistens zu teuer und macht Pausen. Hingegen, wenn ihr mich bucht, wenn ihr Lederhosenbäder bucht, der kommt zu euch mit einer klassen Anlage, gut, hat er Livemusik auch, aber ich spiele euch den ganzen Abend ohne Pause durch und ihr hört bei mir alles, was euch gefällt. Von der urigen Volksmusik bis zum Hardrock und das ist alles in Originalqualität. Also, braucht ihr euch nicht mehr lange überlegen, zum Telefon, zum E-Mail und ein Kontakt abschicken an den Bäder und der Bäder möcht sich bei euch. Danke. Ja, liebe Leute, ich darf euch noch einen wichtigen Tipp geben. Wenn ihr eine gute Musik braucht oder ein Netzlokal, dann bucht ihr es rechtzeitig, weil die guten Lokale und die guten DJs und gute Musiken sind gleich vergriffen. Also, ruft es gleich an, weil sonst ist es zu spät. Ja, und wenn ihr mich bucht, dann bekommt ihr einen Discmoderator mit über 30-jähriger Erfahrung und das ist schon was. Auf alle Fälle komme ich zu euch mit einer tollen Musikanlage, einer tollen Lichtanlage und jetzt kommt das Beste mit über 200.000 Musiktiteln in alle Musikrichtungen, wo einfach die richtige Stimmungsmusik und alles dabei ist, die, was ihr braucht. Also, ruft es mir an und ich komme zu euch. So, ich bedanke mich, dass ihr eure wertvolle Zeit mir geschenkt habt und einige Minuten auf meiner Homepage geblieben seid. Und es wäre nett, wenn ihr jetzt gleich zum Telefonherrer greift oder in das E-Mail-Kontaktformular reingeht und mir eine Anfrage sendet. Und ich freue mich auf unser erstes persönliches Treffen und sage Dankeschön und geführt euch.